Einen wunderschönen guten Tag! Wir spielen heute wieder mal die Helden-Challenge in Star Wars Battlefront 2. Die könnt ihr natürlich auch versuchen. Heute in der Lichtschwert-Edition soll heißen, wir nehmen nur Helden bzw. Schurken, die ein Lichtschwert haben. Sind hier schon ein paar weggepickt, deswegen fangen wir von hinten an, nehmen Count Dooku, dann wäre Grievous dran, dann Maul, dann wenn er frei wäre, Kylo und dann noch Darth Vader. Wenn wir die alle verbraucht haben bzw. mit jedem davon einmal gestorben sind, haben wir die Challenge leider verloren. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Let's go! Okay, mit Dooku sollten wir versuchen, möglichst lange auszuhalten. Ich hoffe es zumindest. Ich bin tatsächlich gar nicht so gut mit den Lichtschwert-Helden in Helden vs. Schurken. Ich spiele deutlich lieber die Blaster-Helden irgendwie. Aber das kann ja trotzdem alles ganz gut werden. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht gleich um und wirft gleich irgendwie... Ich will mich runter schocken. Ah, Mist. Jo, wo sind eigentlich meine Teammates? Lüffe, ähm, Luke, du bist ein Jedi! Jedi, genau wie dein Vater! Luke! Wo ist, äh, hier hinten ist einer von meinen Freunden. Vader ist hier, okay. Sag mal. Jetzt will er nicht mehr. Oh, komm. Oh, so knapp. Wo ist denn... War da nicht BB-8 noch hinter mir? Oh Mann, ich will nicht auf diesen Laufsteg. Weißt du, jetzt muss ich hier irgendwie riskant spielen. Weil ich, äh, nicht sterben will und die stellen sich da alle irgendwo so... Ja, genau, das soll mir halt nicht passieren. Ja, jetzt! Ich hab so Angst vor... Vor... Vor Leia! Nee, eigentlich vor ein Solo. Sind die nicht doch. Ey! Ich wollte doch gucken. Mann, warum stellen die sich dann alle da unten hin? So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Sie hat's gesehen. Das wird sie... Leider... Nee, da wird sie gut Schaden machen. Ich hoffe, ich krieg's sie. Jawohl. Ah, wo kommt denn Anakin her? Oh, nicht gut. Ui, meine Team jetzt fliegen und fliegen. Ja, die wollen halt nur runterstoßen. Das ist perfekt. Der Annie Popenny hat mich eben eiskalt erwischt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Kailu, mach! Höh? Ist der rausgelieft? Okay, wir haben ihn. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich mach die Spendenform und hau den Annie nicht um, weil er leider irgendwie nicht umgehauen werden will. Jetzt machen wir den Move hier. Zack! Das ist Profi. Tombi, ein wahrer Battlefront 2, Veteran und Profi. Mach die krassesten Moves. Ja, meine Teammates stehen hier auch eher rum. Die wollen halt auch nicht raus. Was macht die denn? Der schleichende Boss. Oh, aufpassen. Kommen die ja Teammates mit? Hier kommen Teammates mit, okay. Ich hab hier grad richtig Übersichtsprobleme, ne? So oft wie ich hier irgendwie daneben gucke. Wieder, Mann. So, BW9E, mit dem kann man was Gutes machen. Komm, wir beide zusammen. Du und ich. Wir holen uns jetzt. Oh, da steht ein fieser Kenobi rum. Wieso kann er ihn nicht shoppen? Och, und jetzt fliegt er natürlich genauso, dass ich ihn nicht erwischen kann. Aber das klappt trotzdem. Da ist wieder der Schüler. Der Schüler vom Unterhändler. Weiß ich das nicht? Jetzt. Oh mein Gott. Ich mach es. Ja. Ist er runtergefallen? Lass mich doch mal gucken. Oh Mann, ist jetzt Luke unten? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Kill bekommen. Ne, da läuft er. Och Mann, ey. Ist jetzt gar nicht mal so geil hier gegen zwei. Aber den parieren war ganz gut. Ah, der macht einen Schaden, ey. Wir sollten ein bisschen aufpassen. Draußen ist auch noch Kylo. Der haut ab. Der haut ab. Der haut doch nicht ab. Er hat mir eine Falle gestellt. Die alte Skywalker-Falle. Ach Mann, ich war sogar in der Spinnenform. Seit wann kann man denn da rumgeschleudert werden? Geht das überhaupt? Ich dachte, das geht nicht. Ja, ja, ja. Komm, erzähl mir nichts von der Nexus. Och, jetzt haut der. Aber ich will da nicht raus. Ich geh da nicht raus. Ich werd mich nicht runterstoßen lassen hier. Ich helfe meinem besten Freund BB9e. Anakin Skywalker wurde besiegt. So ist gut. Sehr schön. Alter, mit Grievous läuft's aber auch. Ich folge weiter BB9e. Oh, ich folge nicht BB9e. Hinter mir. Ich hör ihn doch. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich hab Angst. Nein. Oh mein Gott. Das kam nicht mehr durch. Oh, das war gar nicht gut. Oh, Mist. Maul ist belegt. Kylo ist belegt. Wir können noch Vader nehmen. Uh, Leute. Jetzt wird's aber knapp. Uh, jetzt wird's aber richtig knapp. Ach, die warten wieder draußen. Die gammeln hier. Die gammeln da oben. Ich will da nicht hin. Normalerweise wäre mir das so egal. Dann würde ich hinrennen. Es ist mir ziemlich egal, ob ich hier gewinne oder verliere. Aber wenn der jetzt eine richtige... Ja. 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 Ne. Du Arsch da oben. Du Arsch. Ich hab's genau gewusst. Der wartet nur da drauf, bis man auf den Steg geht und dann kommt sowas. Okay, ich geh jetzt runter. Äh, 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 äh. Tschüss, Prinzessin. Er will auch. Er will auch. Oder? Will er emoten? Cool. Der Arme. Kriegen wir das hin? Nee, ne. Aber war knapp. Ich sollte hier weggehen. Hier eins gegen zwei und da am Rand. Das gefällt mir gar nicht. Eins gegen zwei ist okay mit Vader. Eins gegen drei ist okay mit Vader. Alles ist gut. Keine Krisensituation. Alles ist super. Vader hat schon mal schwierigere Zeiten erlebt. Ah, schnapp ihn dir, Vader. Schnapp ihn dir. Er ist so... Oh, nee. Er macht den Wirbler. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Oh, er schaffe ich wirklich. Oh, da kommt er wieder. Mein Junge. Braucht ein bisschen Aussauern, mein Junge. Oh. Okay, er geht weg. Oh, wir haben nur noch ein Leben. Ich werde die Challenge auf jeden Fall schaffen. Aber wir verlieren das Match. Ja, jetzt nicht überfordert. Ein altes Ich. Wir können uns nicht mehr angreifen. So, hier nochmal der Beweis. Zwei Verluste. Leider dennoch verloren. Schade, aber so ist es halt. Immerhin Challenge geschafft. Neue Runde, neues Glück. Wir sind noch einmal die Schurken. Diesmal bin ich der gute alte Kylo. Wir machen weiter mit der Lichtschwert Challenge. Gucken, ob wir es diesmal schaffen. Das sind auch schon die Feinde. Diesmal mein Keine-Runterstoße-Map. Aber, wer weiß, ne? Ach, ja. Heißt aber nicht, dass man nicht andauernd rumgestoßen wird. Verdammter Mist. Aha. Schnappt ihn euch. Wow, da ist ja noch Meister Yoda. Meister Yoda. Lassen Sie diese wunderschöne Dame in Ruhe. Können Sie auf, sie zu belästigen, Meister Yoda. Meister Yoda. So habe ich sie im Jedi-Tempel noch nie erlebt. Was ist denn los mit ihnen? Ich höre ja auch. Du bist mein Meister. Oder meinst du, meinst du Snoke? Eigentlich immer sich als Meister gesehen. Luke. Alter, oh mein Gott. Der macht da super. Uhu. Ich konnte nicht. Oh mein Gott. Der macht mich so fertig, Alter. Konnte nämlich eben gerade irgendwie nicht meine Fähigkeit nutzen. Aber alles ist gut. Ah, 335 Leben haben wir jetzt noch. Das könnte natürlich ins... Ah, ich sehe schon. Könnte ins Auge gehen. Wir brauchen mal ein bisschen Leben. Jawohl. Den haben wir richtig abgestaubt. Wir versuchen jetzt Missionen abstauben. Oh, verdammt. Chewie, du bist doch mein Paten-Enkel oder so. Wie war denn das? Irgendwie sind die doch so verwandt. Nach, ich wollte weglaufen. Oh Mann, ey. Ich wollte den feigen Feigling machen. Okay, Vader ist weg. Wir nehmen mal Maul. Ich glaube, diesmal wird schwieriger tatsächlich. Diesmal wird schwieriger. Aber mal gucken. Dooku und... Dooku, Vader und Grievous sind auf jeden Fall die... die sehr defensiven. Von daher, da wird das schon ein bisschen besser klappen. Jetzt nehmen wir Rache an dem dreckigen Wookie-Man. Oh, nee, doch nicht. So nicht. So nicht. Nee. Wir warten mal ganz kurz ab. Wir warten hier mal auf die Nachhut. Und jetzt schnappen wir uns den Wookie. Jetzt schnappen wir uns den Wookie. Okay, er ist tot. Wann habe ich da viel gemacht? Och mein Gott, ey. Aber ihr wirst da auch wirklich nur durch die Gegend geschleudert bei dem Team. Dann haben die eine Layer, die hinten steht. Warte, bis man durch die Gegend geschleudert wird. Und wenn man da einmal irgendwie falsch steht, eine Sekunde, dann wird man da schon abgefrüh... Wo kommt denn das her? Achso, das ist der Heiden-Ruide. Wird man da schon abgefrühstückt? Warum geht der denn auf mich? Der kann sich doch alle aussuchen. Ey, Mann, ich will doch nur einmal irgendwo kämpfen! Guck mal, der geht jetzt voll auf die. So gefällt mir das. So kann ich hier nämlich mal Damage machen. So kann ich hier mal ein bisschen angreifen. So bin ich auch mal nützlich. So ist das schön. Oh, Vader, mein großer Rivale. Ich werde dir trotzdem helfen. Oh. Oh, ich habe ihm einen High-Round verschafft. Das hat noch nie gut funktioniert. Oh, Mist. Komm, versuch es. Versuchen Sie es, Sir. Oh mein Gott, die durchbricht meine Ausdauer ja super schnell. Man, Layer darf man echt nicht unterschätzen. Die ist super strong, ne? Oh, ich habe gedacht, der haut jetzt eine Fähigkeit rein. Das war mein Fehler. War aber gar nicht. Das hasse ich auch, wenn mir das passiert, was dem da gerade passiert ist. Dann läuft man so doof mit der Schulter, mit diesem Schulter-Charge an allen vorbei und trifft niemanden. Und das ist wütend. Die ist einfach gespawnt? Was ist denn das? Also, da wäre ich ja... Also, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja hier ein Duell. Ich versuche mal ganz kurz hier zu helfen. Aha. Das war, glaube ich, ganz gut. Oh, jetzt hat er mich, oder? Oh, was war das denn? Ich wurde durch irgendwas gerettet. Ich glaube, der hätte mich sonst gehabt. Irgendwas hat mich nochmal umgestoßen. War es die Han Solo-Granate? Er lässt die ganze Station hochgehen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich werde noch einmal draufgehen. Ich bin mir fast sicher. Ich habe viel zu wenig Leben. Das hat nicht getroffen. Also, manchmal will er... Der Drehwirbler will aber auch einfach nicht treffen, ne? Der Drehwirbler. Patentiert bei Darth Maul. Gut. Grievous und Dooku haben wir noch. Also, von daher, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Mrs. Alvin! Die ist tot. Oh, verwegen. Ich werde nicht noch ein Tod... Yo, jetzt sind ja noch drei Leute. Alles klar. Lauf, Grievous, lauf! Ah, der Loop macht das aber auch super von denen. Muss man ihm ja lassen, ne? Ah, und da macht er noch den letzten Dieb auf mich. Schade. Ah, da war auch Chewie hinten noch. Aber gut, wir haben es geschafft. Das war deutlich leichter tatsächlich. Und von daher, wir haben uns bewiesen, wir sind ein wahrer Lichtschwertmeister. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne ausprobieren. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.